Herzlich Willkommen zu unserem Azubi Speed Dating der Industrie in Handelskammer Düsseldorf 2019. Wir freuen uns heute über über 120 Unternehmen, die noch Ausbildungsplätze zu vergeben haben für dieses Jahr und freuen uns natürlich, dass über 1000 Jugendliche uns heute besuchen. Wir wünschen allen Beteiligten einen super Tag! Über ein neues Daumen hoch! Wir wollen euch jetzt den neuen Htt in Hott in Hott in Hott, um in Hott in Hott. Wir können die Hott in Hott und Hott in Hott, um in Hott auf einen Monat und festeigen zu machen. Wir wollen uns heute zum Hott in Hott in Hott. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018